Mein Name ist Anita Farke und ich freue mich, den Exoda-Blog Politik und Gesellschaft Podcast sprechen zu dürfen. Der aktuelle Stand eher SPD zum Thema Kindergrundsicherung. Die SPD und die Bundesregierung haben sich auf die Einführung einer Kindergrundsicherung geeinigt, um Kinderarmut zu bekämpfen und die Familienförderung in Deutschland neu zu gestalten. Die Kindergrundsicherung soll ab 2D25 eingeführt werden und zielt darauf ab, alle relevanten Leistungen für Kinder in eine zentrale Unterstützung zu bündeln, wodurch die finanzielle Unterstützung für Kinder und ihre Familien vereinfacht wird. Die Bundesregierung bezeichnet die Kindergrundsicherung als eines der wichtigsten sozialpolitischen Vorhaben und sieht darin einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung von Kinderarmut. Die geplante Kindergrundsicherung soll aus einem einkommensunabhängigen Garantiebetrag und einem nach dem Alter der Kinder gestaffelten Zusatzbetrag bestehen, der vom Einkommen der Eltern abhängt. Der Garantiebetrag soll dabei an die Stelle des bisherigen Kindergeldes treten. Die Höhe der Zusatzbeiträge wird nach dem Alter der Kinder und dem Einkommen der Eltern gestaffelt, um die jeweiligen Bedarfe besser zu berücksichtigen. Trotz der Einigung innerhalb der Bundesregierung und der Vorstellung der Pläne gibt es jedoch noch Diskussionen und politischen Klärungsbedarf, insbesondere hinsichtlich der Finanzierung und der genauen Ausgestaltung der Leistungen. Insgesamt sind für die Umsetzung und Verwaltung der Kindergrundsicherung 2,4 Milliarden Euro vorgesehen, wobei noch unklar ist, ob und in welchem Umfang konkrete Erhöhungen von Leistungen im Zuge der Einführung vorgenommen werden. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.